Was geht ab Leute, herzlich willkommen auf Black Bros und wie ihr schon seht, bin ich heute mit der lieben Eveline. Wir machen heute ein, während ich Fortnite spiele, schminkt sie mich und ich will gucken, wie ich am Ende aussehen werde und wie viele Kids ich mache. Wie ihr seht, kann Eveline sich gut schminken. Fast. Ich muss ehrlich jetzt sagen, das ist auch keine Ausrede. Irgendwie bewege ich mich hier langsamer. Okay. Jetzt können wir anfangen, Eveline. Warte, warte. Ich muss gucken, wo ich runterspringen muss. Passt auf jeden Fall sehr gut, diese Farben. Ja, Evelines Farben passen, also, äh, okay. Das kriegen wir schon hin. Ich will da runterspringen, wo keiner ist. Ich überleg das auch sehr ehrlich. Hast du Abschminktücher? Ja, ja. Ob ich dir ins Leben was rausreiche. Wenn ein Gegner kommt, sie sterben, ich raste so aus. Ich raste so aus. Ich raste so aus. Ja, ja. Mach mal Augen auf. Lass mal auf. Nein! Meine Augenregen kannst du echt mitschminken. Oh nein, ich bin nicht schwul. Oh nein, ich hab auch nichts gegen Schwule. Oh Mann, ich hab nur einen Granatwerfer. Nein, komm nach oben. Oben. Ja, ich muss doch spielen. Du bist so weiß. Ist doch egal. Ey, ich würde mich nicht mal selber schminken. Das dauert so lange. Mach mal Augen auf. Dann mach mal auf. Waaah? Nein. Guck mal nach oben. Ah! Ist das denn? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Alter, als ist es ja aus wie eine Puppe. Oh shit. Oh. Mann, ey, los jetzt, reicht doch jetzt mit diesem Make-up. Kann ich jetzt ein paar Kids machen? Kann ich jetzt in den Krieg ziehen? Oh shit, ich sehe echt aus wie eine Puppe. Ey, ich würde mich auf jeden Fall danach abschnitten. Warum? Weil das Leben so ist. Ich komme einfach weg von der Stadt. Ich überlebe das eh nicht. Es macht keinen Sinn, da hinzulaufen. Scheiße, ich verstehe. Warte. Ich bin ein Model. Oh, ehrlich? Wenn man so voll schön hat, darf vielleicht die nicht zupfen. Voll schön. Danke, ich bin ein Model. Nicht, dass ihr am Ende aussieht wie ein Clown. Ein Model. Sehr ehrlich. Was? Wie ein süßes Mädchen. Ein Auge zu. Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr mich als Mädchen nennen würdet. Und sagt nicht Michelle, bitte. Lasst euch mal was Lustiges einfallen. Und topkommentiert sein Michelle. Sieht gar nicht so schlecht aus. Vielleicht finde ich eher eine Naturschönheit. Ehrlich. So ein bisschen auf und zu. Ach so. Was macht dein Auge zu? Warte. Nicht so zu. Wie denn? So zu einfach. Hä? Jetzt sehe ich gar nichts mehr, weil deine Hand vor meinem Gesicht ist. Was hast du gemacht? Ich sehe gut aus. Nix. Oh mein Gott. Boah. Ich sehe aus wie ein Clown. Ich habe dich aufs Leben gemacht. Aber ich finde dich so aus wie ein schöner Clown. Du siehst schön aus wie ein Mädchen. Willst du mich zurückschreiben wenn ich dir heute schreibe? Nein. Das ist doch nicht so schön. Wie? 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 Das war's. Das kannst du wiederkommen. Ach so. Ich will jetzt gerade sterben. Ich will nur sterben. Bitte. Wo seid ihr? Oh mein Gott. Soll ich noch ein bisschen mehr machen? Nein. Bitte nicht. Kann ich mal an? Sehen die ein bisschen schöner aus? Sei ehrlich. Ein bisschen mehr. Voll schön. Oh meine Augenringe sind ja sogar fast weg. Oh shit. Du kannst fast gut schwingen. Ehrlich. Also du schminkst mich besser als dich. Oh wie süß ich. Wie schminkst du uns? Gentleman. So schlimm ist das gar nicht aus. Das hat dich so angepasst. Jo. Das ist ehrlich. Bisschen Angriff. Ne? Kacke aus. Ich will nur sterben. Bitte. 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 Es ist einfach kein Gegner da. Ich war einfach selbst motiviert. Was soll ich euch dazu sagen? Am besten gar nichts. Egal Leute. Wenn euch das Video gefallen hat. Mit der lieben Eveline. Wo sie mich schminkt. Dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Ich gehe mich jetzt auf jeden Fall abschminken. Und bitte, bitte macht keine Screenshots. Dankeschön.